Auch die USA machen Russland jetzt für den Computerangriff Nordpetja letztes Jahr verantwortlich. In einer Erklärung sprechen sie vom zerstörerischsten und kostspüligsten Hackerangriff aller Zeiten. Er gehöre zu den Maßnahmen, mit denen Russland die Ukraine destabilisieren wolle. Dieser Angriff werde internationale Folgen haben. Zuvor hatte auch die britische Regierung Russland die Schuld für Nordpetja zugewiesen. Russland bestreitet aber, hinter dem Angriff zu stehen. Der Sprecher des Präsidenten sprach von einer unbegründeten Kampagne gegen Russland, die ohne Beweise geführt werde. Der Computerangriff traf zunächst Rechner in der Ukraine, dann aber auch Geschäftspartner ukrainischer Firmen im Ausland. Betroffen waren dort zum Beispiel der Pharmakonzern Merck und die dänische Reederei Möller-Mersk.